Wir konnten Zeit sparen, indem wir Abkürzungen durch Häuser nahmen. Da waren keine Zivilisten mehr, die sich beschweren würden. Auch wenn mir klar wurde, dass die Zivilbevölkerung der Altstadt die geringste Sorge der Korps war. Ich weiß, dass es uns verboten ist, Feindwaffen zu benutzen. Aber um da draußen zu überleben, muss man sich anpassen. Und ich bin ein anpassungsfähiger Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt weiß ich, warum Sie Verstärkung brauchen. Jetzt weiß ich, warum Sie verletzen. Check it! Check it! Check it! Check it! Das ist in der Halt! Geht auf! Was ist das? Geht auf! 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 Oh, ja! Oh, nein! Mann, ich hab noch nie so viele Maden auf einem Fleck gesehen. Ich weiß. Gehen wir schnell rein. Geht auf! Alle auf dem Balkon wurden ausgelöscht, Sir. Wirklich alle? Loomis schickt uns. Wo sollen wir hin? Hier sagt keiner auch nichts. Ich schon. Sie auch nicht, Kadett. Bleibt hier und verteidigt diesen Bereich. Der Ostflügel wird gerade zerlegt. Haupttalle! Ihr bekommt Besuch von ein paar Maden. Macht sie fertig! Spitzentiming! Okay, habt's gehört, Kilo. Maden im Anmarsch! Ja! Ein kleines Souvenir! Haltet sie auf, Orde! Haltet sie auf! Hey, sie bewegen sich! Wo sind sie? Linke Seite! Linke Seite! Sie wurden überrascht, Sir! Schön gemacht! Wenn es kommt! Wenn es kommt, stopp es! Hier! Eine Souvenir! Eine Letze! Wöcheln! Halt! Dann! Halt mich! He- Das ist wegen der Schwung aus. Opsi 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 Opsi